Hey, YouTube und Herzlich willkommen zurück bei einer weiteren Folge. Da ist X-Human Revolution. IMP-Granaten, MP-Munition. Wir sind... Ich hab keine Ahnung, wo wir sind. Wir sind tief unter der Erde. Ach, Quatsch. Diese Elektroschock-Pfeile immer wieder, ey. Die braucht doch kein Mensch. So, Einsatzbesprechung. Einheit, Bravo, Foxtrot und Golf sichern das Pikus-Gebäude. Die Primärziel ist Serial... Kampfhund. Aha. Einsatz, tödliche Gewalt autorisiert. Ziel erfassen und terminieren. Retagiert das Teamleader und sorgt dafür, dass unsere Freunde... Aha. Nicht zustößt, will kein Lager gewusst. Aber wer war das denn? Wer hat das geschrieben? Verdammte Pisse. Einsatzleitung. Okay. Elektroschock-Pfeile fallen lassen. Die braucht echt kein Mensch. Ich habe möglichen Sichtkontakt. Ja, ja. Hast... Hast möglichen Sichtkontakt im Arsch. Hast du möglichen Sichtkontakt. Hallo? Wenn sich hier jemand versteckt, solltet ihr jetzt lieber rauskommen. Warum? Hm. Wie komme ich jetzt hier weg? Das ist ein bisschen uncool. Wie ich finde. So, was steht im PDA? Anmeldedaten an bei Bitte. Geben Sie Bescheid, wenn etwas nicht passt. Äh... Passt du auf den Computer von den zwei Arbeitstage? Ja, ja, ja. Das wissen wir ja schon. Okay. Ich glaube... Ich muss hier mit den Teilen arbeiten. Arbeiten. Aha, aha, aha. Und zwar baue ich mir hier jetzt einen Schutzwall. Wenn ich den Quatsch hecken gehe. Au, au. Die Kamera bemerkt aber auch nichts, ne? Ein Witz ist das. Ein Witz. Ein Witz. Verdammt. Okay. Hä? Warum kommt denn der jetzt rein? Kann ich jetzt hier wieder raus? Scheiße. Lol. Okay. Der wird mich doch nicht bemerken, oder? Warum ist denn der überhaupt jetzt reingekommen? Ich komme hier nicht weg. Verdammt nochmal. Komm, verpiss dich. Geh wieder raus und dann komme ich dir hinterher. Ist doch nur fair. Komm, komm. Okay. Okay. Credit Chips, etc., etc. Schrottflinte brauche ich nicht. What? Okay, zieh ihn da weg. Okay, ich wette, den Quatsch kann ich dort hacken. Hallo? Hacke ich den Scheiß hier halt eben. Hacken! Hacken, hacken, hacken. Hacken! Okay. So. Okay. Komm. Komm. Prima. Inaktiv. Hier ist gerade niemand. Okay. Ähm... What? Ist hier jemand? Ja, da ist einer. Alles klar. Gehe ich also schon mal nicht rein. Sondern ich gehe hier hin. Mach zu den Kack. Oh. Ey, warte mal. Wo wäre ich denn jetzt hier rausgekommen? Ich schwöre es euch. Wenn ich hier einfach lang gehen konnte, dann flippe ich aus. Hä? Wo ist das denn? Und was bringt mir dieser Raum hier? Da. Ach, ich hasse es. Ich habe diese Fähigkeit einfach nicht geskillt. Und deswegen ist das auch total doof. Ich komme halt dann dementsprechend uns wohl lang. Okay, mal gucken, wo ich hinkomme. Ich will hier lang gehen. Sieht schon mal gut aus. Ich weiß. Ich weiß. Hab hier die Reunion Show der Floids gesehen, 2015. Bevor das hier das Pikes Hauptquartier wurde. Wow. War bestimmt gut. Ja, wir sind ein paar Leute von den Bitten. Auf, Ziel vorrücken! Wow. Okay. Wer schießt denn hier rum? Beruhigt ihr euch mal? Was? Ich sehe da nichts. Alter. Ich schmeiße jetzt einfach eine Granate. Ist mir scheißegal. Oh, oh. Ich glaube, ich bin tot. Fuck. Letzten Spielstand laden. Ey, ne, ne? Och, jetzt hänge ich schon wieder hier, ey. Oh, das ist doch kacke. Ist das doch. Krall dir das PDA. Hm. Oh, man. Das ist doch blöd. Ich hätte es direkt speichern sollen. Warum mache ich das nie? Fuck. Nehmen wir mal eine Null. Ich wähle schon mal die richtige Granate aus. So, kommt da eine jetzt? Nö, warum sollte er auch kommen? Er bleibt einfach davor stehen. Toll. Cool. Jetzt bewegt er sich mal. Bam, Junge. Nicht mit mir. So. Was hat es denn nochmal für eine Waffe? Na, das war diese Schrotkacke. Die braucht kein Mensch. Dort sieht ihn auch die Kamera nicht. Ach, da oben ist einer. Oh. Oh. Wenn das so ist. Äh. Halten. Dann nehme ich den mal mit. Aber wenn da oben einer langläuft und ihn sieht. Dann ist wieder alles für die Katze gewesen. Komm, bewege ihn doch, du faules Stück, Jensen. So. So. Okay. Achso. Okay, dann muss ich die Kacke hier nicht mal hacken. So. Ich speichere jetzt hier das Ganze mal. Und. Dann gehen wir mal weiter. Hier ist ja keine Kamera. Alles klar. Q drücken. Drücken. Peng, Junge. Credit Chips. Standard Gewehr Munition. So. Setten wir erstmal. MP Munition. Credit Chip. Okay. Was ist denn die 5? Oh. Die bringt mir nur. Okay. Alles klar. Zack, zack. Äh. Betäubungspfile brauche ich nicht. Credit Chips sind immer gut. Und PDA. Was steht in PDA? Anbei geben Sie, blablabla. Anbei, bitte geben Sie Bescheid, wenn etwas nicht passt. Okay. Benutzen. Was steht hier so drin? Ich versuche Ihre Bedenken, aber Sie müssen. Ich verstehe Ihre Bedenken, aber Sie müssen Gebäude umgehen mit allen Mitarbeitern verlassen. Und macht Ihre Bedenken, was ist der Geheimnis? Blablabla. Was? Wer hat das geschrieben? Peikesicherheit. Okay. Komm mal her, Kollege. Dreh dich um. Brav. Bomm. Ah ja. Das ist so schön. Schade, dass du nichts hattest. Oh, da hinten ist eine Kamera. Und die ist sogar, glaube ich, aktiv. Ja. Ich geh einfach hier rein. Ich fühle mich hier wohler. Nuke-Virus. Angesichts der ziemlich höchste Tagesgeschäft verliert man leicht unseren eigentlichen Job aus den Augen. Deshalb noch mal zur Erinnerung. Ein- und Emotionen können sie bla 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 bla. Interessiert keinen. Computer in Waffenkammer. Hallo. Sollen Sie in der A-B-Wesenheit von Mr. Todd Zugang zur Waffenkammer benötigen? Hier sind die Daten. I. Todd. T. Tom. Okay. Da ist ja noch eine Schublade. Ähm. Ne. Security-Bot? Ha. Ne, danke. Wer braucht auch diesen blöden Security-Bot? Mal im Ernst. Oh, da steht ja einer. Der guckt mich ja schon fast an. Puh. Kacke. Ich stehe, glaube ich, zwischen den Fronten wieder mal. K. Hey, da steht ein Armory drauf. Das ist doch die Waffenkammer, oder nicht? Hehehehe. Schmerzmittel. Gut. T. Tom. Zugriff gewährt. Und zwar Geschütze, keine Verbindung, bla bla bla. Hier, aus. Alles klar. Hecken. Hexen. Hexor. Äh, so. Übernehmen. Nuken-Virus. Alles klar. Komm. Zugriff verweigert. Fuck. Shit. Kommt jetzt noch jemand? Oder eher nicht. Wisst ihr was? Ich mach das ganz anders. Ach ne, Quatsch. Ich hätte die hier als erstes da hinstellen sollen. So. Okay. Was gibt's denn hier alles drin, was ich brauche? Eigentlich gar nix. MP-Munition und so ein Quatsch braucht doch kein Mensch. So. Oh. Äh. Wie kann ich denn die Scheiße hier bewegen? Na, das geht nicht. Okay. Okay. What? Wo bin ich hier? Ey, Leute. Ich hab keine Ahnung, was ich hier treibe. Kann ich hier hacken? Kein Code gefunden. Hacken. Dann hacken wir doch das Ganze. Der Nuk-Virus hat's auch nicht gebracht. Zugriff gewehrt. Zugriff gewehrt. Okay. Ich will nochmal gucken. Okay, das ist unten. Der Bereich. Aber gut, dass ich hier oben gelandet bin. Und zwar. Ich speichere hier das Ganze. Und bedanke mich ganz herzlich fürs Zusehen. Wir sehen uns dann in der nächsten Folge. Bis dahin. Tschüss. Tschüss. Zu schnell süß.